Um das Imperium zu bestehlen, geht man rein, als würde man dazugehören. Sie strotzen vor Eitel, sind so fett und selbstzufrieden, dass sie sich nicht vorstellen können, dass jemand wie ich... ...in Endor. Das Imperium hat uns so langsam an... ...ich habe nur eine Frage. Würdest du nicht auch... Ich brauche alle Helden, die ich kriegen kann. Für die Gerechtigkeit... Es gibt Aufwegeleiter draußen, Sir. Bastionen des Widerstands. Du bist mir ins Netz gegangen. Du wirst unachtsam. Das werde ich nicht. Ich habe mich nur zu lang versteckt. Solange alle denken, ich sei nur ein Ärgermis... ...sehen Sie nicht, was ich wirklich tue. Was tust du denn wirklich? Genau so sieht eine Revolution aus. ...zu verlieren. 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 ...zu